In diesem Video geht es um die Herleitung der Formel für die Impedanz einer Reihenschaltung aus einem Widerstand und einem Kondensator. Der Wechselstrom, den die Spannungsquelle liefert, durchläuft den Widerstand und den Kondensator. Die Spannung der Spannungsquelle teilt sich auf den Widerstand und den Kondensator auf. Der Strom, der zu jedem Zeitpunkt im Widerstand und im Kondensator gleich ist, dient als Referenzgröße. Im Zeigerdiagramm entspricht die Länge des Stromzeigers der Amplitude des Stroms. Der Zeiger für die Spannung über den Widerstand liegt in Phase zum Strom. Die Stromamplitude am Kondensator eilt der Spannungsamplitude um 90 Grad voraus. Der Zeiger für die Gesamtspannung ergibt sich aus der vektoriellen Addition der beiden Zeiger für den Widerstand und den Kondensator. Der ohmsche Widerstand ergibt sich aus dem Quotienten der Spannungsamplitude und der Stromamplitude am Widerstand. Analog dazu ist der kapazipative Blindwiderstand als Quotient der Spannungsamplitude und der Stromamplitude am Kondensator definiert. Der Quotient der Amplitude der Gesamtspannung und der Amplitude des Gesamtstroms ergibt die Impedanz der Schaltung. Für die Gesamtspannung gilt der Satz des Pythagoras. Die Formeln für den ohmschen Widerstand und den Blindwiderstand des Kondensators werden nach den Spannungen umgestellt. Und dann in die Formel für die Gesamtspannung eingesetzt. Da eine Serienschaltung vorliegt, sind die Stromamplituden für den Widerstand, den Kondensator und die Reihenschaltung gleich. Sie können in der Spannungsformel durch die Gesamtstromamplitude I-Dach ersetzt werden. Die Formel wird nun weiter umgeformt. Die Stromamplitude I-Dach kann vor die Wurzel gezogen werden. Dividiert man noch durch die Stromamplitude, ergibt sich die Formel für die Impedanz.